Hallo und herzlich willkommen hier bei MAC Cosmetics. Wie kann ich dir behilflich sein? Au, du bist heute zum ersten Mal in unserem Store. Das ist ja klasse. Hast du dir denn auch schon Gedanken gemacht, welche Produkte du dir heute ansehen möchtest oder auch vielleicht kaufen willst? Okay. Du möchtest dich also quasi einfach ein bisschen berieseln lassen. Einfach mal nachsehen, was es denn alles so gibt. Okay. Du bist auch gar nicht so stark geschminkt heute, sehe ich. Ja, okay, gut. Das ist alles wirklich prima. Ja, ich könnte dir heute einfach ein paar Sachen zeigen, die dir vielleicht gefallen könnten und vielleicht nimmst du ja auch das ein oder andere mit nach Hause. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mit etwas ganz Basic-Kraften an und zwar mit der Kontur. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Ja, die Kontur ist dafür da, einfach das Gesicht ein bisschen Struktur zu geben, vielleicht auch die Kinnpartie oder die Wangenpartie ein bisschen stärker herauszuarbeiten oder ein bisschen, ja. Man kann einfach aber alles richtig so schmeichelhaft machen. Gut. Und hierzu könnte ich dir unseren quasi Bestseller zeigen. Ja, wir nehmen nämlich den Harmony Blush. Den kann man sowohl als Rouge, aber auch als eben Kontur nehmen oder zum Beispiel auch als Lidschatten. Er ist wahnsinnig vielseitig einsetzbar und es ist wirklich eins der meistgekauftesten Produkte hier bei uns. Ich werde ihn auch auf meine Hand swatchen und dir auch auftragen, wenn du möchtest. Dann hast du schon mal ein gutes Bild davon. Gut. Genau, hier steht Harmony und das ist ein Powder Blush. Powder Blush, hast du sowas schon mal getragen? Nicht? Okay. Sieht so aus, also so richtig schöner, matte Ton. Und so sieht das am Finger aus. Und auf der Hand hinterlässt es einfach aus so einem schönen, bräunlichen Ton. Gut. Dann werde ich ihn dir auch auf deinen Wangen auftragen. Ah. 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 Ich trage es einfach ganz dran auf die Wangen aus. Und hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Das sieht jetzt schon richtig klasse aus. Und ein bisschen auf der Nuss stehen. Ja. Man macht das einfach, um ein bisschen so zu schattieren und da Dinge rauszuarbeiten. Ja. Genau. Manche machen es auch auf der Nase. Ganz, ganz leicht. Ja. Gut. Ganz gerne mal nach rechts sehen. Da haben wir einen im Spiegel. Ich würde mir das noch kurz wieder runter machen. So gut es geht. Mehr andere Sorten. Ja. Gefällt dir? Das freut mich. Gut. Dann können wir den schon mal zur Seite legen, oder? Sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir machen mit den Lippen weiter. Hierzu habe ich drei Farben. Eine sehr nudige Alltagsfarbe. Wieder dann unseren Bestseller, der wirklich am meistgekauftesten ist. Und eine wirklich sehr, sehr schöne, intensive Farbe. Aber ich glaube, wir starten mit unserem Bestseller. Ja. Der nennt sich Avalid Daddy. Ist wieder in unserer normale schicken und schlichten Verpackung. Das kennzeichnet unsere Lippenstifter auch ein bisschen aus. Dieser schlichtet hier. Ja. Sieht so aus. Das ist wirklich. Ja, eine ganz, ganz neutrale Farbe. Auch Ares hat auch ein bisschen so einen, ja, Rosé-Pinkfarben anstich. Auch ein bisschen braun, terracotta-mäßig. Und wie man sieht, ist das eine wirklich, wirklich wunderschöne Alltagsfarbe. Ja, gefällt dir gut, ja. Kann ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne auftragen, okay? Okay, ich trage dir den hier. Mach mal auf. Sehr gut. Gut. Und natürlich darauf achten, dass man es wirklich sehr, sehr ordentlich und genau aufträgt. Ja. Okay. Du kannst gerne mal so machen. Einmal wieder zur Seite sehen. Da siehst du den Spiegel. Wunderschöne Farbe, oder? Also, die ist wirklich die meistgekaufteste Farbe. Und ich verkaufe sie täglich, glaube ich, mindestens zehnmal. Weil sie einfach auch zu jedem Menschen- und Hauttyp passt. Und einfach auch wirklich ganz eine schöne Lippe zaubert. Ja, gut. Dann packe ich den auch mal schon zur Seite. Gut. Dann machen wir weiter mit Honey Love. Honey Love. Honey Love. Der ist auch sehr, sehr gehypt bei uns. Und das ist wieder ein matter Lipstick. Wieder in der schlechten und schicken Verpackung. Und sieht so aus. Und das ist mehr, ja, ins Nudige. Und hat auch nicht so viel euren Farbanteil. Ich trage ihn mal daneben auf, damit du es siehst. Also, von der Farbfamilie sind sie auch schon sehr ähnlich. Aber, ja, der ist halt mehr gedämpft. Der hat nicht so viel Farbe. Aber ich werde dir das jetzt nur kurz von den Haarlippen herunter machen. Okay. Damit wir mit der anderen Farbe weitermachen können. Sie lassen sich aber auch sehr, sehr gut runterholen von den Lippen. Also, da gibt es keine Probleme. Waschen wir noch nicht oder verkleckern. Da gibt es sogar keine Probleme. So, wo haben wir die Farbe, ja? Honey love, honey love. Okay. Und dann noch leichten Kassmund machen mit. Sehr, sehr gut. Oh, die Farbe, die Farbe steht hier richtig gut. Ja. Gefällt mir sehr bei dir. Okay. Okay, gut. Gut. Du kannst dir ja gerne wieder in den Spiegel sehen. Und ich warte dabei. Ja. Steht ja auch unfassbar gut. Leg ich auch kurz zur Seite. Dann machen wir es wieder runter. Okay. Ich hoffe, ich drücke nicht so stark. Alles okay. Perfekt. Und dann kommen wir zur letzten Farbe. Ja, die ist doch etwas intensiv. Ist auch eher, ja, würde ich jetzt nicht sagen, so alltagstauglich, weil sie doch sehr, sehr, ja, grell ist und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ist aber auch wieder ein Armata-Ton, nennt sich aber Russian Red. Russian Red. Russian Red. Vielleicht kannst du dir ja schon mal vorstellen, wie rot das sein könnte. Ja, sehr, sehr rot. Also, die Farbe sieht es so aus. Ist richtig, richtig intensiv. Ich werde sie wieder so watchen. Dann wirst du gleich sehen, wie intensiv diese Farbe ist. Ja, hier haben wir die drei Farben. Soll ich sie dir auftragen? Ja, okay. Du willst es probieren. Sehr gut. Dann trage ich sie dir mal ganz vorsichtig auf. Perfekt. 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 Ja, gut. Okay. Ja, aber wirklich, wäre es so gut, jetzt nicht zu viel aufzutragen, weil es hatte ich Zähne. Ich weiß, aber ich schaue doch wieder gerne mal in den Spiegel. Ja, das ist heftig, oder? Aber was sagst du so? Wozu zendierst du? Ja. Ich lege es jetzt mal einfach mal zur Seite und du kannst dir sehr, sehr gerne noch ein paar Gedanken darüber machen. Ich werde es dir aber wieder trotzdem von den Lippen runterholen, okay? Gut. Sehr gut. Das Rote lässt sich etwas schwerer entfernen als die anderen Farben, aber klappt auch trotzdem gut. Sehr gut. Okay. Ja, das wären mal erst, glaube ich, so die Basics, die ich dir zeigen würde. Was ich dir auf alle Fälle auch anraten würde, ist unser MAC Fix Plus Magic Gradients. Das ist ein All The Hydrating Spray mit Vitamin C, das einfach deine Haut den ganzen Tag mit Feuchtigkeit und Vitaminen versorgt und dein Make-up bleibt an Ort und Stelle. Ich kann dir das wirklich ans Herz legen. Es ist so ein tolles Produkt. Und wir werden es natürlich gleich ausprobieren. Ich glaube, wir müssen uns zuerst noch diese wunderbare Verpackung ansehen. Also hier haben wir dieses Holo-Zeichen. Hier steht Fix Plus Magic Gradients. Und ich erlebe dieses Weißen, diese Holo-mäßige Schrift, dann die schwarzen Schriftenzieher dazu. Und dann kommt es auch merklich auch richtig, richtig, richtig lange damit aus. Also sehr, sehr viel Produkt enthalten. Und man verwendet ja sehr sparsam und man sprüht es ca. so ungefähr dreimal auf das Gesicht auf. So drei Pumpstöße. Sollten wir es ausprobieren? Gut, dann einfach mal die Augen zumachen. Ich mache jetzt mal zwei. Gut, und verteile es mit kleinen, tippenden Bewegungen auf deinem Gesicht. Normalerweise müsste man das eigentlich nicht eintippen. Aber so hält es definitiv ein bisschen besser. Und du hast gleich das ebenmäßige Ergebnis auch mal starren können. Sehr gut. Gut. Schau dann gerne mal in den Spiegel. Ja, also du merkst das schon auf der Haut, oder? Es fühlt sich so wahnsinnig gut an. Alles klar. Ja, meine Liebe. Das wären also die Produkte, die ich dir vorerst vorschlagen würde. Zu viele möchte ich dir heute auch nicht vorstellen, weil ja, unsere Produkte sind doch auch sehr kostschwierig. Aber, ja, das ist auch definitiv wert. Ich habe hier eine wunderbare Tüte. Hier ist unser Logo. Mac. 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 Und du kannst mir gerne verraten, welcher Produkte ich jetzt für dich einpacken zeige. Okay, okay. Den Powder Blush auf alle Fälle. Ja. Also den kann ich dir wirklich ans Herz legen. Du wirst damit sicher sehr zufrieden sein und den wohlmöglich auch tagtäglich tragen. Ich stelle das Tischchen kurz mal an zur Seite, dann kann ich dir den Rest nochmal zeigen. Wie sieht es denn mit den Lippenstiften aus? Was möchtest du da alle drei haben? Oder nur eine Farbe? Oder vielleicht zwei? Oder doch, alle drei? Hier haben wir Velvet Teddy. Velvet Teddy. Dann Russian Red. Russian Red. Und Honey Love. Honey. Honey, Honey Love. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Ja. Okay. Velvet Teddy auf alle Fälle. Sehr, sehr gute Entscheidung. Da wirst du deine Freude damit haben. Du möchtest nochmal einen haben? Okay. Also Velvet Teddy haben wir schon. Nee, hier ist Velvet Teddy. Nee, Velvet Teddy haben wir gerade reingemacht. Hier haben wir Honey Love. Und Russian Red. Ja, schwierig. Aber du magst lieber Natürliches. Okay, dann nehmen wir lieber den Honey Love. Dann packen wir den auch ein. Und last but not least unser Dallas Mac Big Splash. Möchtest du das mitnehmen? Das ist keine schwierige Entscheidung, oder? Ja. Okay. Kann ich echt verstehen. Ich packe es gleich rein. Damit wirst du auch sehr, sehr, sehr viel Freude haben. So, meine Lieber, hier haben wir dein Glück und deine Errungenschaften. Und ich trage es dir jetzt sofort zur Kasse. Vielleicht werden wir uns bald wiedersehen. Ich werde mich auch sehr, sehr darüber freuen. Und ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß mit deinen neuen, schönen Goodies. Bis bald. Tschüss. Tschüss.